Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan Mission Bestes FM 2. Teil 1 haben wir schon mal gespielt. Ist, ja, gehört zu einer Reihe. Ich glaube, das habe ich mal erwähnt. Ich weiß es nicht. Schon länger her, dass ich den ersten Teil gespielt habe. Der war ziemlich crap. Und ich denke mal, der Rest wird auch ziemlich crap sein. Aber das ist mir so eine, ja, es ist nicht ernst zu meinen. Das heißt, wir versuchen einfach mal hinein zu joinen und schauen, was wir hier erwartet. Auch diese Fan Mission hatte eine Geschichte, aber ich glaube, ich habe sie gar nicht richtig durchgelesen, weil sie anscheinend nicht wichtig ist. Und warum hustet Garrett? Tell me about some Horns. Kill them. Das ist irgendwie Fairground Attraction. Nicht Playground. Fairground. Oh nein, das ist wieder so. Oh nein. Drum, it sucks. Okay. Wir haben ein Schwert. Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben einen alten Stock. Also vom Opa geklaut wahrscheinlich. Wow. Sehr viele Breitkopfweile. Die noch normal aussehen. Mich wundert. Sehr viele Feuerfeile. 666, Zahl des Teufels. Und im Inventar haben wir die Triche. Und wir sollen some Hounds killen. Ich habe mal ein Bild davon gemacht. Was? Okay, ich habe... Ich habe nicht viel erwartet. Aber... Da oben ist ein Ei. Ist das ein Easter Egg? Können wir das kaputt machen? Ich glaube, ich habe es getroffen, aber... Ich komme da nicht hoch. Was steht da? Hotel. Was sind das für Geräusche im Hintergrund? Hört ihr das? Was steht da? Ghost. Ghost. Tam. Ghost Tam. Ghost Train. Ist das eine Geisterbahn? Und das ist hier ein Karussell. Hallo, Zombie. Ach, ach. Ich verstehe. Das ist ein Vergnügungspark. Und das ist... Das ist... Das ist ein Karussell. Und das ist ein Riesenrad. Wo wir wahrscheinlich niemals hinkommen werden. Aber das ist eine coole Idee. Gibt es hier überhaupt ein Riesenrad in Steve? Ich glaube nicht. Und das ist hier so... So draufschlagen. Moment. Ich speichere lieber ab, bevor hier noch was passiert. Wow. Okay, nee. Das geht für eine Geschwindigkeit. Aber wir können das Ganze hier mal... ...überschauen. Wow. Ich habe Angst. Komm ich hier auch wieder runter? Wasser. Hier ist eine Nachricht. Juna, bitte auf... ...Aprisonment. No, right. Aren't you? Oh! Wieso hat das jetzt weggeschmissen? Bis zum Wasser komme ich nie. Warte mal. Wir könnten vielleicht unseren Fall mit den Feuerpfeilen abbremsen. Probieren wir es mal. Oh Gott. Mir zwiebeln die finken Füße, wenn ich so weit falle. Kill the Hounds. Okay. Jetzt sind die Frage... Wo sind die Hounds? Sind die in einer Geisterbahn? Wo ich mich auf das Bett von einem Deadly Shadows... Das ist ein Deadly Shadows Bett, definitiv. Los geht, der Spaß. Geisterbahn! Woo! Ähm. Ich bin... Oh Gott. Warum schreist du so? Hör auf zu schreien. Jetzt, dass ich... Jetzt, dass ich einen Herzinfarkt bekomme. Okay. Bitte nicht nochmal schreien. Ich mach das nicht. Das ist... Das ist hier Garret. Der hat voll Angst. Was? 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 Was ist hier los? Wie wird das getriggert? Die Hounds kam. Oh oh. Er ist gut. Er ist zu schlau. Stopp, Count. So. Also ich muss wahrscheinlich alle Hounds finden. Und die dann erledigen. Gut. Das war Nummer 1. Der hat sich hier in der Geisterbahn versteckt. Schauen wir uns mal hier um. Hier haben wir noch ein Fahrzeug. Eigentlich interessant, sowas herzustellen. Oh, das kann ich knacken. Also ich muss sagen, sie ist jetzt schon besser als die andere Best FM. Ich kann es nicht öffnen. Okay. Was passiert, wenn ich auf den Knopf da drücke? Klingelingeling. Ist das die... Ist das die Bremse? Vom Autoscooter? Warte mal. Ich habe ja so viele Feuerpfeile. Kann man den Zombie zerfetzen? Nee. Der Zombie, der bleibt da sitzen. Ich frage mich, wie man das hier macht. Mit dieser Lampe. Das ist so... Strange. Ich höre jemanden. Wir sollen nur der Hounds töten. Nicht alle... Nicht irgendwelche Zivilisten. Ich frage mich. Oh Gott, wir haben zu Tode gebongt. Ja, dich mit, mein Granny, das darf erledigen, Aua, du hast du, du hast du, du tust mir nicht doch mal weh. Oh Gott, lass mich hoch. Yay, das hat geklappt, was ist das hier eigentlich? Wow. Ich hab nichts zum heilen, komm ich auch wieder runter, ohne zu sterben. Hopp, hopp, hopp. Oh, jetzt hab ich glaube ich einen Fehler gemacht. Ich laden nochmal, weil, ich muss ja, ich komm wahrscheinlich nur einmal da hoch. Komm ich hier rein, ohne dass die mich sehen? Jetzt haben wir den Schlüssel, der wird vielleicht für die, für das Fahrzeug sein. Was da oben ist, weiß ich nicht, was mich da oben erwartet. Wir haben einen Hound gekillt, ich weiß nicht, wie viele Hounds das insgesamt sind. Das ist auf jeden Fall ziemlich strange. Und wie gesagt, man sollte nicht diese Fanmission ein bisschen so ernst nehmen. Oh mein Gott, meine Ohren. Crates? Oh nein. Soll ich mir den Crates etwa... Okay. Okay, ich verstehe. Also ich soll wahrscheinlich hier eine Treppe bauen. Oder ich kann Treppen bauen. Ich habe über 1000 Crates, okay. Ich bin nicht jetzt der beste Crates, äh, Bauer. Aber... Yay! Ich wusste ja, es ist ein Easter Egg. So. Das ist cool. Das ist cool. Okay, wir haben das jetzt ausgeleuchtet. Jetzt haben wir noch diese Möglichkeit, da rüber zu gehen. Ich weiß nicht, was auf der anderen Seite des Hotels ist. Vielleicht ist dort auch was. Ich mache hier mal ein Heart Save. Und, äh, falls wir da nämlich nochmal hoch müssen... Wow! Das fasse ich lieber nicht an. Das bringt mich bestimmt um. So, dann schauen wir mal, was hier oben ist. Wow! Ist das die Leiter zum Himmel? Okay, das war... Also, da kann man durchfallen. Das ist natürlich nicht so gut. Hätte mir aber auch auffallen müssen, als ich oben durchgeglitscht bin. Hier ist auch wieder so ein Wagen. Kann ich auch nur bimmeln. Warte mal, kann man da rüber? Ich fühle mich so allmächtig. Weil ich das kann. Also, oben scheint doch nichts Besonderes zu sein. Warte mal, wenn das aber nur ein Hound war. Kill the Hounds. Es soll ja mehrere sein. Ich fand nur da anderes. Vielleicht in diesem Boot. In diesem Ruderboot. Da unten ist irgendwas. Eine Schatztruhe! Holen uns den Schatz. Ich habe aber das Gefühl, dass das nicht alles so leicht sein wird. Abgeschlossen. Man kann es knacken. Gut, das heißt wir müssen öfter runter. Wuppdiwupp. Wuppdiwupp. Noch mehr Loot. Okay. Wir brauchen noch gar keine Loot in dieser Fernmission. Oh. Oh. Okay, man kann in das Boot hinein schwimmen. Das ist ein bisschen. Das ist schade. Ich dachte, das wäre... Hm. Okay. Ich verstehe eigentlich... Ne, ich verstehe eigentlich nicht. Wo ist der nächste Hound? Sind die alle in der Geisterbahn? Vielleicht spawnen die da? Hätte ich nicht einfach aussteigen dürfen. Oh nein. Oh nein. Wie komme ich hier raus? Oh nein. Oh oh. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, jetzt. Ach, gut. Diese komische Lampe. Sieht aus wie ein Secret, aber ich glaube, das sei einfach nur eine Kulisse. Wir gehen mal hinter das Hotel. Hupp. Und... Schauen mal, was es dort gibt. Vielleicht ist hier hinten auch ein Hound. Hallo. Hallo? Oh, was ist das? Okay, es geht weiter. Okay, und das ist der andere Eingang. Gut. Mir gefällt das nicht. Wo führt mich das jetzt hier hin? Wow. Noch mehr Wege. Noch mehr Wege. Da ist ein Geisterhound. Da ist ein Geisterhound. 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 Stehe. Noch mehr Geisterhounds. Ich hör nichts. da hinten seiner city da stirbt geisterhaut das war's mehr gab es anscheinend doch nicht auftrag erfüllt ja wir haben auch den kompletten loot ein taschen liebst haben wir nicht hinbekommen hatte der andere auch noch irgendwas in seiner tat hatte der irgendwas 100% aber definitiv ja das war bestes fm 2 vergründete and trade macht gut tschüss